Hey meine Dämonen und herzlich willkommen zurück zu Medieval Minecraft, wo wir jetzt letzte Folge so ein bisschen die Sterraforming betrieben haben für unsere Kolonie. Und ich würde jetzt tatsächlich noch gerne mal wegen der Magnum Torch gucken, dass Diamond Magnum Torch ist für Monster. Da brauchen wir aber auch eine Feuerkugel für. Wir schauen mal, ob wir das alles haben. Haben wir. Jetzt ist die Frage, wie viele Feuerkugeln haben wir denn? 37, ja easy. Dann würde ich vielleicht noch zwei Stück machen davon. Ja, wie groß ist denn die Insel? Also wenn man mal überlegt, unsere Insel kriegt es fast komplett hin. Ja, dann machen wir eine da hin oder so und eine da hin. Das wird schon irgendwie passen, oder? Ich denke schon. Okay, wir bauen dann noch ein Bild-Tool. So, ähm, und wir brauchen natürlich auch die verschiedenen Sachen, aber die können wir uns eigentlich unterweg... Ne, können wir uns nicht unterwegs craften. Ähm, was brauchen wir denn? Rathaus. Oh, das haben wir doch auch mitgenommen, oder? Versorgungscamp. Ist nicht das, was ich wollte. Wir gehen erst mal im Schiff gucken gleich. Mh, weil ich glaube tatsächlich, wir können, äh... Also wir haben da noch ein Rathaus drin. Und dann müssen wir das jetzt nicht extra noch mal craften. Ui! Ui! Wusch! Ich glaube, hier ist es, ne? Ja, da haben wir nämlich das Rathaus-Tool. Dann müssen wir es da nicht einmal extra... ...bauen. Wir nehmen jetzt gerade mal die zwei Torchis. Und platzieren... ...eins vielleicht irgendwie hier hin. Vielleicht sogar noch ein Stück weiter hier. Ich weiß halt nicht, wie lang das geht, ne? Wie war die Reichweite? Horizontal 64 Blöcke. Es wird ja wohl reichen, wenn es hier platziert ist, oder? Platzier es mal hier hin. Ich würde halt gerne irgendwie den Radius von dieser... ...Dingens hier wissen. Aber nun gut. Und dann machen wir das zweite vielleicht einfach hier hinten irgendwie so hin. Hier. Und das wird dann ja wohl hoffentlich reichen, damit wir halt keinen so großen Stress in unserer Gemeinde bekommen quasi. Jetzt muss ich gerade mal überlegen... ...wo wir anfangen zu bauen. Vielleicht tatsächlich sogar hier. Oder eher hier. Aber ich würde es gerne, wenn, dann auf die Höhe hier, glaube ich, ne? Ja. Hier auf die Höhe. So. Switchpack. Was haben wir? Christmas-Style. Interessiert uns nicht. Christmas-Tree. Auch Quatsch. Kolonial. Beginner. This is the default Mine-Colony-Style. Set in the early colonial age. It mixes elements of the neoclassical... ...architecture with an early industrial flavor. Fortress. Nordic Spruce. Cavern. Urban Savanna. Medieval Spruce. Mine-Colonies. Das ist ja das, was wir schon hatten. Shire. Warped. Jungle Treehouse. Medieval Birch. Lost Mesa City. Space Wars. Incan. Medieval Dark Oak. Caledonia. Medieval Oak. Ja, aber wir wollen ja hier keine riesen Burg haben, oder? Standard Tee Caves. Ergibt auch keinen Sinn. Desert Oasis. Urban Birch. Hm. Functional Fantasy. Hm. Crimson Keep. Antique. Steampunk. Hi, Magic. Das Ding ist, ich würde halt gerne eigentlich so Steampunk-mäßig auch was machen. Ich finde, das passt halt nicht zu Medieval Minecraft. Das ist ein bisschen sad. Okay, was machen wir denn jetzt? Sollen wir einfach nochmal Mine-Colonies ganz normal machen, oder sollen wir was anderes machen? Medieval Birch. Medieval Dark Oak. Wir brauchen halt viel Dark Oak, ne? Ja, ich weiß. Medieval Oak finde ich halt auch ganz cool. Aber da haben wir halt eine riesige Festung hier in der Mitte. Das ist schon schwierig. Oder sollen wir einfach Caledonia ausprobieren? Das sieht mir auch sehr Birchig aus. Birchig mag ich nicht. Birchig? Was ist Birchig? Ähm. Ach, Mann, du. Das gibt's doch gar nicht. Fortress. Colonial. Nordic Spruce. Medieval Spruce. Hier, yeah. A new castle emerges. Ja, ich will aber kein Castle. Ich glaube, wir nehmen einfach wieder Mine-Colonies. Das ist, glaube ich, auch gefühlt das, womit ich mich am wohlsten fühle. Also, was ich am schönsten finde irgendwie. Es tut mir leid. Kontaktinfrastruktur. Das war's nicht. Military. Das war's auch nicht. Fundamentals. Rathaus. Okay. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Ist das hier die richtige Höhe? Ne, noch eins höher, ne? Ja, ich glaube, eins höher muss es sein. Okay, dann machen wir mal eins höher. Ähm. So. Das macht, glaube ich, Sinn. Aber. Ich meine, generell, rathausmäßig mittig ist ja ganz cool. Aber vielleicht eher in die andere Richtung. Quasi, wenn wir es so einmal drehen würden. So. So. Ich glaube, das würde Sinn machen. Ich glaube, so werden wir es platzieren. Okay. Okay, zack. Beginne dein. Yay. Okay, da schwebt jetzt in der Luft. Das ist natürlich nicht ganz so hübsch. Bauen wir das einmal ab hier. Stimmt, das Rathaus, das muss man ja erstmal gar nicht... Du besitzt eine existierende Kolonie bei Blockpost... Es existiert bereits eine Kolonie. Du besitzt Löcher diese, bevor du eine neue erstellst. Echt jetzt? Ja, aber es bringt ja nichts, dass wir so weit entfernt von unserem jetzigen eigentlichen Zuhause... Neuem Zuhause, was wir wollen. Ja, löschen, ne? Ist halt dann so... Ist zwar blöd, aber... Du kannst ja eine neue Kolonie erstellen. Zack, neue Kolonie erstellt. Okay. Ja, es ist irgendwie ein bisschen doof, ne? Dass das jetzt so gelaufen ist, dass wir die alte kaputt machen mussten. Ich dachte echt, man könnte irgendwie mehr davon machen, aber nun gut. Ich denke mal, wir werden die Insel auch noch erweitern müssen, ne? Das wird echt happig hier drauf. Das gehen wir schon hin. Hey, Dakarikabel. Hallo, da ist das Rathaus und ich frage, ob du irgendwelche Gelegenheiten auf die Kolonie gewinnen möchtest. Wenn du irgendwelche Gelegenheiten auf die Kolonie gewinnen möchtest. Ah, ah, ein Guide. Nö, ein Guide bauen wir nicht. Nö, nö, wir können es damit schnauzen. Passt schon, passt schon. Okay, was machen wir zuerst? Ähm... Ich denke mal, Housing-mäßig was, ne? Allerdings als... Nicht Wohnstätte, denn Bauhütte bauen wir erst mal. Bauhütte. Moment mal. Abbruch. Ähm... B, Bauhütte. Ähm... Ja, da müssen wir jetzt mal zurück. Okay, machen wir uns zur Bauhütte. Das reicht sogar bis hier rüber. Das glaube ich ganz gut. So. Ähm... So, wir sollten vielleicht mal was essen. Unser Leben ist eher schwierig bis belastend. So, ähm... Bauhütte. Zack, hinzufügen. Haben wir. Dann brauchen wir eine Taverne. Zack, hinzufügen. Haben wir. Oder auch nicht. Was brauchen wir dafür? Ein Fass. Ein Fass haben wir nicht. Ähm... Eiche. Ne, warte mal. Wie ging das nochmal? So? Ne, warte mal. Mit einer Falltür? Kann das sein? Und dann so? Oh Mann. Ich weiß es doch auch nicht, wie das ging. Äh... Mit zwei Slaps natürlich. Stufe. Natürlich haben wir keine Zwei-Stufen. Ey, das ist doch alles Scam hier. So. So. Fass. So. Jetzt nochmal. Taverne. Haben wir. So, was brauchen wir noch? Ne Wohnstätte. Jupp. Dann brauchen wir noch einen Förster. Forster. Forsthütte. Forsthütte zweimal. Forsthütte einmal. Ne, wir brauchen einmal. Dafür fehlen uns aber Sachen. Zum Beispiel eine Axt. Das ist belastend. Und... So. Dann wandeln wir hier erstmal ein bisschen Holz um. So. Dann brauchen wir noch einen Stocki-Stock. Auf Stocki-Stock-Stock-Basis. Dann machen wir nämlich so. Dann haben wir das. Dann können wir jetzt die Forsthütte platzieren. Ja gut, die drei Sachen. Vier Sachen werden ja wohl für den Anfang reichen, oder? Wird schon passen. Oh. Wir brauchen trotzdem noch Essen im Inventar. Und wir können pennen gehen. Es sind so viele Leute gestorben. War das jetzt ein Massenmord? In dieser Folge? Wenn ja, dann entschuldige ich mich recht herzlich dafür. So. 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 Fillet-Drink... Fillet-Kantin-Drinks-Left-4. War das nicht sonst immer drei? Nun gut. Nun gut. Gibt's Schlafhümeres. So. Wir haben hier drei Leute. Servus. Vier sogar. Wow. Okay. Wo machen wir denn die Bauhütte hin? Machen wir die vielleicht einfach irgendwie gegenüber oder sowas? Oder hier irgendwie hin? Hier klingt gut, oder? Fundamentals. Bauhütte. Auf welcher Höhe sind wir denn hier? Hier sind wir auf Höhe... 64. Und hier sind wir auf Höhe... 64. Und hier sind wir auf Höhe... 64 tatsächlich. Okay. Moment. Der Eingang ist aber auf der anderen Seite. Das heißt, wir drehen das ein-zwei-mal... Das heißt, wir drehen das ein-zwei-mal... Das klingt plausibel. Das klingt plausibel. Angestellte anzeigen. Nee. Okay. Zugewiesene Arbeiter. Perfekt. Bauoptionen. Brauchen die jetzt so schon irgendwas? Bitte sofortiges Erscheinen erstmal. Das klappt ja wunderbar. Au. Was braucht denn jetzt der Bauarbeiter überhaupt? Er braucht Äxte und Schaufeln und blau und das alles aus Stein, ne? Und natürlich die dazugehörigen Sachen. Oh. Wir können uns direkt eigentlich eine Liste craften. Ähm. Wie ging das nochmal? Aua. Mann. Ich weiß auch nicht, warum hier überall gegen Fliegemann... Das war's. Krieg ich hier. Man muss sich... Was ich hier muss noch haben. Ähm. List. Werkstoffliste. Jawoll. Bewege Items. Perfekt. So. Und dann noch Schaufel. Ne. Steinschaufel bitte. Perfekt. Was ist das? Blackstone. Wann machen wir das denn jetzt aus Blackstone? Naja. Soll mir recht sein. Und Spitzhacke. Vielleicht machen wir dem direkt mal zwei von allem. Stone. Passt Darkstone auch? Tatsächlich. Perfekt. Dann machen wir einfach... Von... 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 Dingens hier umändern. Wollen wir mal. Gehen erst mal hin. So. Statistiken, Bürgerbefugnisinformationen. Koloniefarge. Dark Purple. So. Dann gehen wir hin. N... J... Äh... Einstellungen. Minimap. Show Entity Names. Besser da oben rechts in der... Dingens. So. Er bitte sofortiges Erscheinen. Nicht möglich. Wird bereits gesammelt. Das ist ja super. So. Werkstoffliste. Keine. So. Wo ist Dakari? Das ist nicht. Es ist ein guter Morgen. Was haben wir hier für ein Problem? Aufnehmen. Abbrechen. So. Inventar. Packen wir hier mal die Sachen rein. Wenn du jetzt noch mitkommen würdest, dann würdest du anfangen die Bauhütte da hinten zu bauen. Ich bin mega dankbar für. Oder muss ich hier erst den Auftrag setzen? Bürger zurückrufen. So. Wie schaut's? Aus? Oder muss ich hier echt Bauoptionen Gebäude errichten? Oh. Das wird's gewesen sein. Damdi-dipdi-dam-da-dö. Damdi-dipdi-dam-da-dö. Fang an zu arbeiten, du natter Kerl. Perfekt. Jetzt können wir nämlich die Sachen holen für ihn. Ui. 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 Da fliegen wir nicht gegen die Tür. Ha. Ich bin halt einfach gut. So. Was brauchen wir denn alles? Elf Bruchstein. Bruch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Was brauchen wir noch? Sechzehn Bruchsteinstufen. Bruch. Also. Bruchsteinstufen. Sechzehn. Easy. So. Was brauchen wir noch? Was? Oh, das war Bruchsteintreppe. Scheiße. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Sage ich das. So. Zwei Stück brauchen wir nicht. So. Sechzehn. Sechzehn Eichenholzstufen. Nicht euch. Eichen. Brut. Bange. So. Mh. 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 Sechzehn Stück. Zwei weg. Zack. Perfekt. Was brauchen wir noch? Dreizehn Eichenholzbretter. Das gehen wir auch hin. Eichenholzbretter. 1, 2, 3, 10. Was brauchen wir noch? 54 Eichenholzzaun. Ja, natürlich. Eichenholzzaun. Wie viel? 54? Oh Gott. 3 Eichenholzbretter. 3 Eichenstämme. Eichenstämme. 1, 2, 3. Was brauchen wir noch? 83 Erde. Oh nein, wir haben keine Erde. Wir haben nur 57 Erde. No. 7 Fackeln. Natürlich haben wir aber 6 Fackeln. Ich glaube, wir haben immer noch welche im Invertar, oder? Zack. 7. Ein Ofen. Das heißt, einmal Bruchstein. Das hier kann weg. Einmal einen Ofen. So. Eine Werkbank. Werkbank. Eichenholz. So. Und Regal. Mist, wie macht man Regale? Da. Bewege Items. Zack. Zack. So. Und 13 Eichenholzbretter noch. Aber davon. Ah, welches für das Crafting auch so sehen genutzt? Kann auch sein. Es fehlt uns nur noch Erde. Das ist tragisch. Denn wir haben keine Erde. Die haben wir nämlich verbraucht. Für das tausendfache Terraforming. Ich komme übrigens immer noch nicht darauf klar, dass wir einfach... 2K Erde verbraucht haben. Das macht mich wahnsinnig. So. Hallöchen. Ich gehe mal davon aus, dass die sogenannte Ressourcen brauchen. Da dachte ich, ich liefere ihnen die mal. Du brauchst auch noch eine Hacke? Klar braucht er noch eine Hacke. Logisch braucht er noch eine Hacke. Das wäre ja auch kritisch, wenn es nicht so wäre. Ha, ha, ha. Ha, ha. 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 Bruchstein. Zack. Stab, nee. Stoff, nee. Was? Block, nee. Was brauchen wir? Stock. Ich will nix hören. So. Und... Können wir eigentlich pennen, oder? Ja. Können wir nicht was morgen geben. Dies war's schon. So. Klaradatsch, klaradatsch. Wir müssen mal wieder was trinken. So, und damit sind wir dann full, full. Full, full, full. So. Moin. Zeig mir mal dein Inventar, Russ. Ist da ein Problem? Ich setze mich sofort dran. Inventar. Zack, zack, zack. Bitte ohne das da. Abfahrt, let's go. Komm, arbeiten. Ich wollte nur sicher gehen, dass er anfängt, ne? Will ich jetzt mal anmerken, so. Ja, wo nehmen wir denn jetzt Erde hinher? Die Witch gesehen können wir hier oben die Erde quasi abbauen. Die Erdschicht. Weil die ist eh zu viel davon. Dafür. Was? Nicht genug Mana. Nicht genug Mana. Nicht genug Mana. Nicht genug Mana. 39. Reicht das nicht schon? Ha. Es hat gereicht. Perfekt. Oh. Bin ich jetzt ernsthaft gegen eine Pflanze geflogen? Hab deswegen Damage kassiert? Ist das alles kritisch? Okay. Aber, dann würde ich sagen, haben wir in der Folge ja schon ziemlich viel erreicht. Wir haben die Kolonie neu angefangen. Wir haben, ähm... Was zum Henker. Nun gut. Wir haben die Kolonie neu angefangen. Wir bauen jetzt unsere erste Bauhütte. Wir haben dem alle Ressourcen gebracht. Und wir haben zwei Magnum Torches hier platziert, damit hier keine Mobs spawnen. Ja, dann würde ich sagen, bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde sagen, bis morgen. 18 Uhr. Ciao.